Haben wir noch welche mit Ratschen? Können auffahren? Bitte alle Foto machen von unseren Freunden. Hans, ich danke Ihnen, dass du einmal bist. Wir haben vergessen, wir haben heute Gäste aus Dänemark auch hier. Dänemark haben wir hier, nämlich habe ich vergessen. Gäste aus Australien, Gäste aus England, haben wir auch da, aus Amerika. Also das muss ich ganz sagen, wie schon gesagt, Europa und auch Übersee, liebe Gäste. Ja, habe ich ganz vergessen. Aber jetzt, hinein! Hinein in die Ratschenzeit. Die Ratschenzeit, diese Ratschen kann man überall verwenden. Man kann jede Musikrichtung machen. Gestimmt auf C-Dur, gestimmt auf C-Dur, liebe Gäste. Die Ratschen und von raus, die kann man sowieso stimmen, wie man will. Hoch, alles hoch, ganz schön. Ab geht's mit Poris tanzen, das ist ein Hinterratschenporischen. Los geht's mit Poris. Ab geht's mit Poris tanzen, das ist ein Hinterгрattuch. Polenstrasse in Alistair Polenstrasse in Alistair Polenstrasse in Italien Polenstrasse in Alistair 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 Ja, heil! Heil!